Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf Edles Vibe. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es geht weiter, meine lieben Freunde. Ja, jeden Tag um 12 Uhr kommt ein Video. Wie viele Videos haben wir eigentlich schon gemacht? Exel, ich weiß gar nicht. Ja, ein Haufen würde ich fast sagen. Also wie viele? Also total kann ich jetzt gar nicht sagen. Jetzt sind wir schon ein paar Monate am Start jetzt, oder? Wieder. Ja, durch alles, durch alles. Also 118 Videos haben wir gemacht. Ja, halt die Eise fest. 118 Videos, also ungefähr, also ein bisschen was dreieinhalb Monate. Dreieinhalb Monate, über 23.000 Abos. Absoluter Wahnsinn. Also da würde ich auch mal vielen, 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 vielen Dank, Leute. Ich will gerade mal gucken, ob ich das sehe. Ne, wo sieht man denn seine insgesamt? Ach, hier. 2,6 Millionen Aufrufe. Das ist der absolute Wahnsinn in drei Monaten. Also da würde ich einfach auch mal vielen, vielen Dank, Leute, dass ihr da so fleißig schaut und so fleißig dabei seid. Sehr, sehr lieb von euch. Dankeschön. Und ja, wir starten heute mal ein neues Video wieder rein. Und zwar geht es mal wieder um unseren unlustigen Freund, den Füßi. Da hat nämlich wieder ein Monatsbest-Off. Monatsbest-Off. Und das gönnen wir uns heute mal. Mal gucken, ob es so schlecht wird wie das letzte. Nein, äh, äh, SN Sachsen schneidet das ja immer. Oh, lol. Oh ja, das war heftig. Okay, da sehe ich immer mal ein paar GDA-Szenen, die ich so noch nicht kenne. Das ist auch ganz gut. Boah, das hat totaler Abriss. Und das hat auch immer ein Problem. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020